Donnerstag, 20. September 2018 4.32 Uhr Druckennutzungsrechte Feedback kommentieren. Katle Kunti nennen die US-Amerikaner die endlosen Weiten der westlichen Great Plains. Rinderland. Es zieht sich entlang des 100. Längengrads von Norden nach Süden durch die Vereinigten Staaten, von Nord Dakota bis Texas. Diesen Meridian hat der New Yorker Fotograf André Fmore zu seinem Fotoprojekt gemacht. Der heute 61-Jährige porträtierte die Prärie und ihre Bewohner über zehn Jahre hinweg. Zusammen mit dem Piloten Doug Dejan aus Rocheville erkundete er die US-Bundesstaaten mit einer einmotorigen Maschine aus der Luft. Gegenden, die sonst kaum erreichbar sind, wurden ihnen so zugänglich. Eine deutliche Verbesserung zu früheren Expeditionen, sagt More. Bei denen sei er nie sicher gewesen, dass am Ende einer langen Fahrt mehr zu sehen war als einige Schuppen voller Kuhfladen. Auch aus der Luft fotografierte More, dafür montierte er eine hochauflösende Kamera auf einem Flugzeugflügel. Indem wir dicht über den Boden flogen, konnten wir Fotos machen, die das Vertraute mit dem Unendlichen zu vereinigen scheinen. Fotostrecke 15 Bilder USA Fotoprojekt Am 100. Längengrad More besuchte Geisterstädte und ihre letzten Bewohner, machte betagte Farmer ausfindig, die in ihrem Leben kaum je ihre Ländereien verlassen haben. Er fotografierte Familien, die weit weg von Schulen leben, und druckst die nachts auf unbefestigten Straßen Staub aufwirbelten. Zu jedem seiner Fotos hat er eine Geschichte zu erzählen, gofft aus der Vergangenheit der amerikanischen Siedler. Anders als die indigenen Amerikaner, die ihre Umwelt aufgrund ihres Scharfsinns, Muts und Schnelligkeit beherrschten, sagt More, überlebten jene, die das Land später besiedelten, meist nur mit hart erarbeiteter Beharrlichkeit. Über die Jahre realisierte ich, dass mich während der Arbeit entlang des 100. Längengrades vor allem das Land selber interessierte. Die raue Großartigkeit des Drecks und der Leere, sagt More. Vielleicht war die größte Herausforderung, die Leere in Fotos darzustellen, ohne leere Bilder zu machen.